Okay, wie ihr vielleicht gemerkt habt, das Grundtempo, was ich angezählt habe, war relativ langsam, aber dadurch, dass wir jetzt vier Schläge pro Beat machen müssen, weil wir ja 16. Noten als Subdivision haben, ist das, was die rechte Hand zu tun bekommt, schon relativ viel. Das werdet ihr jetzt auch bei den nächsten sechs Groove-Beispielen hören. Ich zähle da ähnlich langsam an und spiele euch die ganz in Ruhe vor. Achtet wieder, wie in den Teilen vorher auch, auf meine rechte Hand, dass die Bewegung sich nicht ändert, egal was mein rechter Fuß und meine linke Hand in den Groove spielen.